Hallo liebe Zwillinge, Frau, lieber Zwillinge, Mann, hier ist die Inball von Inballstarro.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 10. bis 16. Februar aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten unter dem Video findest du den Link zu den häufigsten Fragen und den Link zu deiner Jahreslegung für 2020, okay? Okay, also starten wir mal für Zwillinge. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und an die, die neu sind, ich arbeite bei intuitiven Legungen immer zuerst mit inneren Visionen und gehe dann zu den Karten über, okay? Also, gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Zwillinge vom 10. bis 16. Februar, bitte. Nein, 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 ein verständliches Bild, bitte. Irgendwas, das ich erklären kann, bitte. Schnell erklären kann. Igeln, okay, die zeigen mir jetzt Igeln, ganz, ganz viele Igeln und zwar Eaglebabys. Wie nennt man die überhaupt? Eaglebabys. Und ihr wisst, Eaglebabys haben eher weichere Stacheln und die stechen nicht so wie ausgewachsene Igeln. Und ich sehe jetzt die Igelmama, die ihre Igelbabys anschaut. Das sind ganz, ganz viele. Das ist irgendwie eine Igelmama, die 20 Igeln auf die Welt gebracht hat. Das ist natürlich nicht möglich. Aber das ist, ja, die schaut ihre Igelbabys an, diese weichen Igelbabys und findet sie entzückend. Seufzt regelrecht. Ach, wie hübsch meine Kinder sind. Wie hübsch meine Kinder sind. In ihren Augen sind das Babys. Das sind Babys. Die Farbe der Stacheln ändert sich ständig von fast durchsichtig, zwischen fast durchsichtig und braun, so wie es bei ausgewachsenen Igeln ist. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn die Igelmama ihre Igelbabys anschaut, werden ihre Stacheln wieder so durchsichtig wie bei Igelbabys. In ihren Augen sind das weiche Tiere. Und es gibt sogar einen türkischen Spruch dafür, dass eine Igelmama ihr stacheliges Kind als meine Weiche, mein Baumwollknoten liebkost. Es gibt so einen Spruch dafür. Was soll ich mit diesem Bild, bitte? Gut, da werden Dinge passieren, Zwillinge, vom 10. bis 16., die dich die Schmerzen der Vergangenheit vergessen lassen. Diese Stacheln, die dieser Mensch in dich gestochen hat, die wirst du in dieser Woche übersehen. Übersehen? Ja, nicht zurücklassen, sondern übersehen. Okay, okay. Gucken wir mal. Geben wir bitte eine Karte zum Liebesleben von Zwillinge, vom 10. bis 16. Februar. Diese Karte hier. Weitergehen, 45. Und warum gehst du weiter, obwohl du das übersiehst, obwohl sie dich so gnädig stimmen plötzlich? 45 habe ich hier. Quersumme 9, 9 der Schwerter, ist die Durchstechkarte. Die Karte ist die Karte, wo man eben durchstochen wird. Wir werden jetzt sehen, worauf genau die Story hier hinausläuft. Geben wir bitte Karten zum Liebesleben von Zwillinge, vom 10. bis 16. Februar. Liebesleben von Zwillinge, vom 10. bis 16. Februar. Ist das ein bittersüßer Abschied, Zwillinge? Ein lieblicher Abschied. Eine Karte bitte zum Liebesleben von Zwillinge, vom 10. bis 16. Februar. Sechster Münzen. Die erste Karte bestimmt die Energie der gesamten Legung. Ist das ein besonders süßer Mensch, Zwillinge, der dir überhaupt nichts gegeben hat, außer süß sein, lieblich sein? Dieser Mensch, Zwillinge, dieser Mensch berührt zwar dein Herz, aber das war es dann auch schon. Das war es dann auch schon. Dieser Mann hier ist in Liebe gekleidet. Das bist du. Das bist du. In Liebe gekleidet. Voller Liebe schaut er diese Menschen hier an, die ihm nichts zu geben haben. Das hier ist ein reicher Bürger, der hat was zu geben. Aber diese beiden, die haben nur was zu nehmen und voller Liebe gibt er diesen Menschen was zu essen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber in Bezug auf Stabilität, in Bezug auf Materialismus, blickst du ein bisschen herab zu diesem Menschen, Zwillinge. Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein. Nicht herab im Sinne von, ich verdiene mehr, sondern, nee, nee, nicht so, sondern mehr im Sinne von, ich bin großzügig, er ist geizig. Ich habe ein Versprechen abgegeben vor sechs Monaten und heute halte ich es ein. Der hat mir vor drei Wochen ein Versprechen abgegeben und hält es heute nicht ein. In diesem Sinne herablassen, auf eine gerechtfertigte Art und Weise. Okay? Aber das ist halt das Herz, ist noch da, du. Es tut dir nicht mehr weh. Ja, das ist es, das ist es. Deswegen diese Igelbabys, es tut dir nicht mehr weh. Igelbabys kann man in der Hand halten, die tun nicht weh. Und diese Stacheln, die dir früher so wehgetan haben, die tun dir nicht mehr weh. Warum? Weil dein Selbstvertrauen mittlerweile so hoch ist, dein Selbstbewusstsein so hoch ist, dass du jetzt weißt, es ist nicht so, dass sie mir das nicht gegeben haben, weil ich es nicht verdient habe, sondern weil sie es im Gegensatz zu mir nicht geben können. Ich bin imstande, es zu geben, sie nicht. Deswegen verletzt es dich nicht mehr. Alles klar, also die Vision war schon sehr süß, aber es geht darum, jemanden zurückzulassen hier. Ja, zurücklassen. Absprung, weg. Bye, bye. Tschüss, Herzensdame, Herzensmann. Zoom, danke. Da gehst du, Zwillinge. Ein neues Kapitel. Weitergehen. Du lässt diesen Menschen zurück. Es waren Igelbabys. Du warst eine Igelmama. Mamas können geben, Babys nicht. Deswegen tut es auch nicht mehr so weh. Du verstehst einfach, dass dieser Mensch gar nicht die Kapazität hat, um dir auf Augenhöhe gegenüber zu stehen. Königin der Stäbe. Herzensdame, Herzensmänner, klickt raus. Klickt raus, ihr seid noch Babys. Ihr seid noch zu klein für das. Ui, ui, ui. Zwillinge, da hast du jemanden ins Auge gefasst, der dir genau das geben kann, was du verdient hast. Sie, hier, dein neues Ich, selbstbewusst, bis zum Gehtnichtmehr, weiß ganz genau, was sie will, wohin sie gehen will, wohin sie weitergehen will, was sie zurücklassen möchte. Lässt das zurück. Lässt diesen Menschen hier zurück, der dir sowieso nichts zu geben hatte. Die konnten dir gar nichts geben. Ich sage es dir, du gehst hier zwar weiter, aber da, also es ist nicht so, dass du hier komplett einen Schnitt machst. Ich habe hier 45, Quersumme 9, da fehlt noch ein Schwert, ein Stab, was auch immer. Okay. Etwas muss da noch zwischen euch passieren, damit du wirklich komplett abschließt. Wollen und Können ist was anderes. Das sind zwei Paar andere Schuhe. Das sind zwei Paar andere Schuhe. Das sind zwei Paar Schuhe. Kopfdeck. Ich kann nicht mehr reden. Rat des Schicksals. Das Schicksal bringt dir jemanden, Zwillinge, der für dich bestimmt ist, wo du ganz genau siehst, aha, da ist er also, mein Traummann, meine Traumfrau. Oh, er, sie kann mir geben, was mir als Königin der Stäbe zusteht. Ich muss hier praktisch weggehen. Ich habe jetzt darauf hingewiesen, dass du bei 9 bist und eigentlich hier noch ein letzter Stab, ein letzter Schwert noch fehlt, der dich dann noch abtöten soll. Aber du sagst, wenn ich jetzt hier abwarte, dass ich hier abgetötet werde sozusagen, dann verpasse ich hier das Rat des Schicksals. Das Rat des Schicksals dreht sich und da ist etwas, das für mich bestimmt ist und ich muss da weg. Ich muss das nicht abschließen hier und darauf warten, dass die hier jetzt kommen und mich abstechen. Ich muss jetzt dem Rat des Schicksals folgen. Bravo. Sehr gut. Sehr gut. So muss es sein. So kann ich Karten lesen. So kann ich das machen. Dankeschön. Dankeschön. Man geht weiter, man hält nicht an etwasem fest. Das ist eine große Arkana, der kackt auf die 9 der Schwerter. Der Narr. Rat des Schicksals. Vorwärts. Und das ist, der Rat des Schicksals ist die 10. Karte. Der ist stärker wie diese 9 hier. Und das ist eine große Arkana hier. Das ist eine Vervollständigung, die da auf dich wartet. 4. Kelche. Eine Chance, die du verpassen könntest da drüben. Und dein Herzensmann, deine Herzensdame ist komplett verwirrt. Du hast sie hier bei 6 der Münzen, hast du sie zurückgelassen und da sind sie nun von 6 auf 7 so alle, wo ist jetzt Zwillinge hin? Die waren doch noch da und haben mich ganz süß gefunden. Wo sind die hin? Zwillinge ist dem Ruf der Natur gefolgt und geht jetzt dem nach, was er sie nicht verpassen möchte. Geht hier ein Risiko ein. Zwillinge, du riskierst diesen Menschen zu verlieren. Und ich weiss nicht, inwiefern man hier von einem Risiko sprechen kann. Süßheitsrisiko. Also Geld wirst du nicht verlieren. Ein intelligente Gespräche, wo du was lernen könntest, wirst du auch nicht verlieren. Leidenschaft ist auch nicht da bei euch. Die sind einfach süß. Die sind einfach süß. Du gehst hier weiter und dieser Mensch da, Eagle Baby, bleibt verwirrt zurück. Okay? Ich ziehe jetzt hier eine weitere Reihe, dann sehen wir, was genau hier passiert. Was genau hier los ist. Und dann werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du, Zwillinge, noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.